So, Aufnahme läuft. Hallo zusammen, Matthias hier von Fotografieren Lernen. Heute habe ich ein Tutorial für euch, wie ihr Tutorials macht. Und zwar ist das etwas, was ich schon länger tun wollte. Deswegen, hier ist auch noch kein Mikrofon montiert und auch gar nichts. Ich habe einfach mal die Cam aufgestellt und möchte euch jetzt zeigen, wie meine Tutorials genau ablaufen. Gut, zuallererst brauchen wir natürlich eine Idee. Also ich mache jetzt mal das Mikrofon hier fest, dass ich mal die Finger frei habe. Für Ideen gehe ich normalerweise her und habe hier die App Feedly. Feedly ist eine tolle Möglichkeit. Ja, eben Beiträge von unterschiedlichen Blogs, von unterschiedlichen Plattformen in eine App reinzubringen. So ein RSS-Reader, mit dem man eben alles lesen kann, was man so, was hier so unterwegs ist, was man so braucht. Und hier habe ich das jetzt einfach so, die Beiträge, die heute wichtig sind und kann die einfach hier so durchsliden. Geht relativ easy und kann im Endeffekt dann sagen, das gefällt mir. Was haben wir hier? Okay, klingt cool. Kann man benutzen. Kann ich in ein nächstes Tutorial einbauen. Sind vielleicht auch nur Tipps, die dann später zu ganzen großen Sachen zusammengefasst werden. Ich sehe vielleicht einen Tipp, wo ich sage, cool, das würde vielleicht in so einen Top 5 Tipps für Porträt-Videos reinpassen. Ich habe noch drei, vier andere Tipps aus meinem eigenen Bereich und so fummel ich mir das so ein bisschen zusammen und nehme eben Infos, die mich dazu inspirieren. Und dann habe ich gleich eine nächste App, die nennt sich Pocket. Pocket ist eigentlich nur eine Möglichkeit, Links zu speichern. Und habe ich hier direkt den Button, zack, ist in der Pocket drin und ich kann aus Pocket jetzt meine Tutorial-Liste eben erstellen. Kann die nochmal sortieren, nochmal Favoriten hinzufügen und sagen, das ist jetzt wichtig, das ist weniger wichtig. Und ihr seht schon, dann geht's los. Ich überlege mir, was ich sagen möchte. Ich schreibe das nie auf. Ganz wichtig, so aus meiner Sicht, wer sich wortwörtlich aufschreibt, was man sagen möchte, das geht normalerweise in die Hose. Ich habe es gemerkt bei dem Intro zu meiner Fotografie-1-1-Videokurs, der ist wortwörtlich aufgeschrieben worden und wir haben, glaube ich, vier Stunden gedreht für ein 3-Minuten-Video. Also Wahnsinn, normalerweise haue ich das einfach so raus, gerade so wie hier. Wir machen hier schnittlos, ich rede einfach nur ganz normal, was viel schneller ist und was vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um das zu erlernen. Aber es geht halt deutlich flüssiger und es wirkt auch viel authentischer. Gut, dann wird ein neuer Kaffee geholt und dann geht es eigentlich los mit dem Drehen. Hier ist noch was drin. Ich bin so ein totaler Kaffee-Junkie, ich kann das jeden Tag trinken, rund um die Uhr. Deswegen steht auch fast immer eine Kaffeetasse in meinen Videos irgendwo auf dem Schreibtisch. Und dann gehe ich her und habe hier von Rode so ein Ansteck-Mikrofon. Ich glaube, ich verlinke das unten drunter nochmal, ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Smart Love Plus oder sowas. Und ja, das ist eigentlich nur zum Anstecken, dass der Ton eben deutlich näher am Mund ist, dass die Aufnahmequelle deutlich näher an der Geräuschquelle ist. Weil wenn ich den Ton von der Kamera nehme, ich mache das jetzt gerade mal, schwenke gerade mal im Edit um, dann hört sich das so an und das klingt einfach nur scheiße. Also ich sage so, Ton von der Kamera kann man eigentlich nur dazu verwenden, um die Aufnahme eben zu synchronisieren. Dass man sagt, hier komischer Ton, hier normaler Ton, aber ich höre zumindest mal, was nur gesagt wird. Und dann kann ich die Spuren untereinander legen, später wenn ich es bearbeite und bin safe. So, wir montieren das gerade mal wieder. Normalerweise mache ich das eigentlich so, dass man das nicht sieht, so durch den Pullover durch. Aber das ist ja was, es soll ja heute mal gezeigt werden, wie es funktioniert. So, zum Aufnehmen nehme ich die kostenlose App Voice Record. Zumindest mal im App Store ist hier kostenlos, bestimmt gibt es sowas auch für Android. Ich könnte mir eigentlich auch so ein zusätzliches Aufnahmegerät besorgen, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, meistens nehme ich die SD-Karten dann für die Kamera und weiß nicht mehr, welche für Ton und welche für Kamera war. Und dann sind die Daten alle durcheinander und hier habe ich im Endeffekt alle meine Aufnahmen an einem Ort und kann sie schnell auf den Rechner spielen, um das Ganze eben zu schneiden. Ja, das geht relativ easy mit dem Smart Lab. Ist einfach in die Klinkenbuchse rein, das nimmt WAV auf, also schon passend in einem professionellen Format. Und ich denke mal nicht, dass es irgendjemandem aufgefallen ist, dass ich bisher so viele Tutorials alle mit dem Handy aufgenommen habe. Zumindest mal den Ton. Wenn ihr jetzt noch wisst, welche Tutorials mit dem Smartphone gefilmt wurden, dann seid ihr gut, denn ich variiere hier extrem. Je nachdem, was ich gerade zur Verfügung habe, kommt halt hier eine Spielreflexkamera zum Einsatz. Die können ja beide einfach filmen, aufstellen, Fokus einstellen. Den Filmen ist nicht sonderlich aufwendig. Ich nehme manchmal das Handy. Dafür habe ich hier hinten irgendwo, jawohl, hier, so eine Halterung fürs Stativ gekauft, wo man das einfach so reinklemmen kann und aufs Stativ schrauben, dann ist das eben auch fix. Muss man nur aufpassen. Gerade bei den iPhones habe ich gemerkt, dass die eben schnell heiß werden, gerade wenn eine Hülle drum ist. Ich habe schon gemerkt, dass das zwischendrin während den Aufnahmen ausgegangen ist. Und sie sind nicht ganz so freundlich, was den Autofokus angeht. Also es ist nicht ganz so einfach, damit zu filmen, aber es ist definitiv möglich. Gut, es gibt allerdings auch Tage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem Ton funktioniert. Deswegen mache ich jetzt mal einen kurzen Break und schalte mal aufs iPhone. Okay, ich bin auf dem iPhone und hoffentlich ist der Ton so, dass man ihn sich anhören kann. Denn es gibt Tage, da filme ich hier mit einer GH5. Man sieht auch hier schön auf dem Display, da filme ich. Und das ist das, ja klar, Objektiv. Da ist so ein Kennenobjektiv mit Adapter drauf. Und das ist sehr cool, gerade weil sie 4K aufnimmt, gerade weil sie auch in einem Flat Profile aufnehmen kann. Und eben die Möglichkeit bietet, deutlich qualitativ hochwertigere Aufnahmen zu machen. Und ich habe sehr viel mit der Kamera gefilmt, mit meinem Filmkumpel, mit Marc. Den habt ihr mit Sicherheit auch schon in den Tutorials gesehen. In dem ich, ja, wir sind halt zusammen raus, haben mit der in 4K gefilmt. Das ist zwar für den Rechner der absolute Tod, weil da produziert man, glaube ich, in der Stunde 60 Gigabyte. Also Wahnsinn, was da an Material rauskommt. Dafür sieht es halt auch entsprechend optisch einfach geiler aus, wenn man es richtig gegradet hat. Ja, und ich switche gerade nochmal. Moment. So, hier bin ich wieder auf der anderen Kamera, denn, ja, klar, iPhone ist hier ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, 27p Frontcam gewesen. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht ganz so unterschiedlich gesehen. Genau, dann geht es normalerweise in Premiere rein, wird geschnitten, wird gegradet. Ich kann auch hier gerne mal ein aktuelles Projekt zeigen. Das ist, jetzt muss ich nur noch die Bildschirmaufnahme aktivieren. Genau, für Bildschirmaufnahmen nutze ich persönlich ScreenFlow. Das geht auch auf dem Mac mit dem QuickTime, beziehungsweise unter Windows weiß ich nicht genau, welche Software das genau ist, aber, ja, geht auf dem Windows wahrscheinlich genauso. Ich nehme jetzt hier den ScreenFlow, die Software, und die macht eigentlich nichts anderes als den Bildschirmaufnehmen. Hat noch so ein paar Zusatztools mit Mauszeigeranzeigen und Klickfunktionen und was auch immer. Die nutze ich eigentlich gar nicht. Der Unterschied, warum ich ScreenFlow nutze und nicht den QuickTime Player ist, weil der QuickTime Player, das ist auch was, was beim Dreh passiert. Ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade Speicherkarte wechseln müssen, das Ding war gerade voll. Normalerweise sind da zwei drin, dass die ja automatisch umschalten kann, aber, wie gesagt, in einer Stunde 60 GB. Wahrscheinlich noch schneller, kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe jetzt auf der, sind es noch 29 Minuten. Ja, gut, also reicht noch. Ist ein bisschen ein anderes Tutorial, fällt doch schon auf. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das gerne öfters mal so offen machen soll oder nicht. Auf jeden Fall, ich nutze ScreenFlow. ScreenFlow ist so ein bisschen performanter als der QuickTime Player. Der QuickTime Player, der sorgt immer dafür, dass die Leistung da so total hoch geht und der Lüfter derbe anfängt zu rauschen. Ist Wahnsinn, du hast das Gefühl, die einzige Aufgabe, die das Notebook bewältigt, ist, den Bildschirm aufzunehmen und Photoshop wird auch langsamer. Also ScreenFlow ist da deutlich performanter und ich zeige euch jetzt gerade, aktuell ist das noch nicht veröffentlicht, das Video zum Thema Drohnen-Filmografie, also Drohnen-Videos erstellen. Hier sind im Endeffekt die ganzen Shots drin, die auch durchsortiert werden. Mittlerweile wird auch alles zwangsweise auf dem NAS gespeichert, weil das sind so viele Daten, die sind einfach nicht mehr zu bewältigen, wenn man das Ganze über irgendwelche externen Festplatten macht oder sowas. Also nur mal zur Info, wir haben vier Terabyte an Videos nur für die kostenlosen Tutorials, die wir hier online gestellt haben. Klar wird hier auch einiges wieder gelöscht, aber manche Sachen will man vielleicht nochmal verwenden oder vielleicht auch, ja, muss man sie speichern, weil es Videokurse sind, die irgendwann nochmal verkauft werden oder auch nicht. Es schadet nicht, immer Material da zu haben, auch wenn es manchmal einfach nicht machbar ist. Gut, nee, aber grundsätzlich ist das relativ easy, so ein Schnitt. Ich mache hier Intros mit After Effects. Neues, nagelneues Intro im Übrigen, wahrscheinlich vor der Folge auch schon drin gewesen. Jetzt ist das das erste Video, das ich schneide, das eben mit dem neuen Intro mit drin ist. Und hier auch diese Einblendungen, die ihr ja wahrscheinlich schon in einigen Videos gesehen habt mit Name. Das kommt alles aus After Effects. Dafür finde ich eigentlich Premiere super, wenn man bei Premiere einfach hergehen kann. Klickt auf in After Effects bearbeiten, der macht After Effects auf, ich bearbeite, speichere ab und ist direkt in Premiere drin. Voll easy. Und klar, hier wird dann gegradet. Ich kann euch ja gerade mal scherzhafterweise zeigen, wie das vorher aussieht. Also das ist jetzt die gegradete Variante. Sieht schon super aus. Und wenn ich das jetzt alles mal ausmache, muss ich jetzt gerade mal gucken. Knick, knack, zang, zang, zang. Ne, da wahrscheinlich ein bisschen, weil das jetzt nicht mehr Proximedien sind, sondern Live-Medien, dass es nicht ganz so schnell kann. Aber das ist zumindest mal das gewesen, wie es vorher ausgesehen hat. So total flach, total entsättigt und langweilig. Und deswegen, ja, gradet man ja eben das Video. Also man filmt hier speziell flach. Das ist auch hier. Ich weiß nicht, ob ihr das in dem Video gesehen habt. Ich kann ja einfach mal das Grading ausschalten. Jetzt seht ihr so, wie es gefilmt wurde. Keine Ahnung, ob man das vorhin auf dem Bild anders gesehen hatte. Wir filmen hier speziell flach, speziell kontrastlos, ohne Schärfe, ohne Sättigung, um eben im Nachhinein steuern zu können, wie viel Sättigung wir dazugeben, wie viel Kontrast wir erhöhen. Dann haben wir so deutlich mehr Möglichkeiten, weil Video halt eben nicht RAW ist. Funktioniert leider nicht so wie in der Fotografie. Also Grading wieder an, sonst, dass ihr keinen Augengräbs bekommt. Genau, funktioniert leider nicht so wie in der Fotografie. Wir haben im Endeffekt eher hier Arbeit wie JPEG. Das geht auch in den Spiegelreflexkameras, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der GH5. Die ist so momentan mein geniales Monster, was 4K-Aufnahmen angeht. Kann kein RAW filmen, ja, braucht man aber auch eigentlich nicht. Also ich bin der Meinung, man muss nicht RAW filmen können. Es ist überbewertet. Vielleicht habe ich da auch andere Produktionsansprüche. Gut, es sind hier keine Hollywood-Filme, die ich drehe, aber man braucht kein RAW-Video. Nicht zwangsweise. Außerdem ist das eh wieder Speicher, der alles verwaltet werden muss. Wenn ich überlege, hier glühen die 64 GB Karten, die hier ständig in den Rechner rein und aufs NAS und wieder zurück und was auch immer. Ähm, ich könnte RAW gar nicht bewältigen im Videobereich. Das ist ja, hier filme ich in der Stunde 64 GB, im RAW filme ich in der Stunde mit Sicherheit ein Terabyte voll. Nicht bewältigbar. Gut, nee, aber es funktioniert ja. Es reicht ja vollkommen aus. Auch Full HD reicht vollkommen aus. Wenn ich jetzt hier auf einer von den Camps drehe, die haben ja beide nur Full HD, ist auch gar kein Problem. Ähm, die meisten Leute können ja 4K sowieso nicht wiedergeben, wenn auch ein 4K-Bild in Full HD deutlich besser aussieht. Also ich sag mal, wenn man es runterscaled oder halt auf einem Full HD-Monitor anschaut. Es ist halt immer so, manchmal drehe ich so, manchmal drehe ich so. Den meisten Leuten fällt es wahrscheinlich gar nicht auf. Dadurch, dass ich hier sowieso Wissen vermittle und keine Spielfilme drehe, ist es fast irrelevant, in welcher Auflösung ich drehe. Also egal, ob in 4K oder in Full HD. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, genau. Ich mache jetzt hier gerade mal das Grading wieder an. Ist im Endeffekt recht easy. Ich habe hier, ja, ganz normal so ein bisschen Belichtungsanpassungen durchgeführt. Es dauert jetzt noch ein bisschen, bis das hier drauf ist. Ja, Belichtungsanpassungen durchgeführt. Die Regler funktionieren hier ähnlich wie in Lightroom. Kontrast hinzufügen, Helligkeit anpassen, Glanzlichter, Schatten, Schwarz-Weiß. Das ist so dieser Standard, den man machen kann. Sättigung ist ganz wichtig, weil wir sättigungslos fotografieren oder filmen. Und wenig Sättigung im Bild haben und dadurch halt deutlich mehr drauflegen müssen. Gut, hier, ich arbeite mit LUTs zum Teil. Ist in dem Moment der Black-Eye-LUT von Peter McKinnon. Cooler Typ. Macht richtig geile Tutorials in Englisch. Auschecken, definitiv. Empfehlung von mir, auch wenn es ein Konkurrent eigentlich ist. Aber ich finde ihn genial. Bei diesen LUTs muss man aufpassen. Die muss man eigentlich sehr gering anwenden. Ich glaube, 40% ist mir ja fast schon zu viel. Aber ich kann euch ja gerade mal zeigen, wie das mit 100% aussieht. Da sieht das nämlich, komm schon, lade mal. So aus. Und das ist einfach zu viel. Das ist ja grauenhaft. Das kann man so nicht anwenden. Deswegen gehe ich hier lieber auf 40%. Das sieht schon mal deutlich angenehmer aus. Und sonst, hier vielleicht eine kleine Kontrastanpassung in den Kurven. Mache ich sehr wenig. Hier Farbräder. Habe ich gar keine Ahnung, was das ist. Weiß nicht, wie das funktioniert. HSL genauso. Wird wahrscheinlich ähnlich sein wie in Lightroom. Aber ich habe es im Videobereich noch nie ausprobiert. Und meist geht eine leichte, wenn die hätte drauf. Das ist so mein Grading. So meine Fortschritte, wie ich das Ganze mache. Um eben einen coolen Look für euch hinzubekommen. Dass es auch ein bisschen was fürs Auge ist. Zum Thema Audiobearbeitung. Seit ich die Ansteckmikrofone benutze, mache ich hier fast gar nichts. Also es ist selten notwendig, gerade wenn man hier in so einer Umgebung filmt, wo man eigentlich keine Nebengeräusche hat. Da ist es selten notwendig, hier wirklich Rauschen rauszufiltern, irgendwas anzupassen. Das funktioniert alles soweit gut. Also es sind gute Mikrofone und deswegen braucht man hier auch nicht viel machen. Sollte es jedoch mal dazu kommen, habe ich dann gleich Profi-Software mit drin. Ich habe Isotope zur Audiobearbeitung. Das läuft nochmal ein bisschen anders. Hier ist auch noch ein richtig geiler D-Neuser drin, der halt eben das Hintergrundrauschen entfernt. Geht aber beispielsweise auch in Premiere mit gewissen Automatismen, wo man hier in den Audio-Bereich geht. Und einfach sagt, ich möchte den Audio-Clip hier bearbeiten. Was ist es? Ist es Dialog? Vorgabe? Wo haben wir es? Da war doch irgendwie ausgeglichene männliche Stimme. Zack. Und dann passen sich die Regler automatisch an. Das ist zwar nicht sehr optimal und man muss hier vielleicht ein klein bisschen anpassen, aber es ist zumindest mal für Anfänger so der Schritt in die richtige Richtung. Hier einfach mal ausgeglichene männliche Stimme oder weibliche Stimme, je nachdem was das halt ist. Und die Vorgabe ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Gerade für Leute, die sich nicht wirklich mit Equalizern und Limitern und was auch immer noch auskennen, die einfach nur sagen, ich will das Audio ein bisschen besser haben, ein Klick und fertig ist es. Okay, dann wird es eigentlich nur noch rausgerendert, rausexportiert. Dann habe ich noch einen Ultratipp für euch, der unglaublich viel bringt. YouTube ist wie Facebook. Die komprimieren alles runter. Klar, es ist in der Hinsicht logisch, wenn man überlegt, wie viele Stunden an Videomaterial jeden Tag auf YouTube hochgeladen werden. Es ist ja wie bei Facebook, haufenweise Fotos und Videos auf Facebook, haufenweise Videos auf YouTube. Die müssen das Zeug ja irgendwie klein rechnen, weil der Speicher bei denen ist ja auch nicht unbegrenzt. Das kostet ja auch alles Geld. Jetzt ist es bei Premiere, gibt es da Standard-Settings zum Rausexportieren. Die sind glaube ich bei 40 Mbit, wenn man 4K nimmt oder sowas. Das ist ein klein bisschen übertrieben. Was ich allerdings deutlich empfehle, ist danach das Ganze nochmal durch Handbrake laufen zu lassen. Handbrake ist ein Tool, das es sowohl für den Mac als auch für den PC gibt. Und hier sucht man sich einfach seine entsprechende Datei raus. Der rechnet das kurz, dann sieht man hier direkt, ich glaube das ist sogar ein 4K-Video. In Picture kann ich hier dann 3840 eingeben und 2160. Dann hat er die Originalauflösung, ist irgendeine komische Vorgabe, die hier noch drin ist. Framerate anpassen. Und dann, was ganz wichtig ist, MP4-Datei, weboptimiert. Und hier bei konstanter Qualität kann man so REF22 eigentlich eingestellt lassen. Genau. Audio vielleicht nochmal drüber schauen, um hier zu sagen, was ich. Die Bitrate muss noch angepasst werden. Ich lasse es dann meist bei 160 im Export. Und wenn das dann da einfach durchgelaufen ist, haben wir zwei extreme Vorteile. Erstens, das Video ist schon vorkomprimiert, das ist schon ein bisschen kleiner. Das heißt, der Upload funktioniert schneller. Wir laden keine 5 GB Datei hoch, sondern eben nur eine 300 MB Datei. Oder gut, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sage mal so 600, 700 MB Datei. Das ist der erste extreme Vorteil. Und der zweite extreme Vorteil, das ist wie bei Facebook. Bei Facebook haben wir es so, wenn wir die Dateien nicht zu groß anliefern, also nicht mit 5000 Pixel Kantenlänge, sondern vielleicht mit 2048, so wie es Vorgabe ist, dann nimmt Facebook die viel besser an und komprimiert sie nicht so extrem runter. Und genauso ist es bei den Videos mit YouTube. Wenn wir die schon in so eine gewisse Bitrate mit reinsetzen, dann werden die nicht mehr so eklig runter komprimiert und behalten ihre Schärfe deutlich besser, als jetzt beispielsweise, wenn wir es in voller Auflösung anbringen. Okay, sehr viele Tipps zum Thema Tutorial filmen und durch so einen kleinen Einblick leben, was ich hier eigentlich den ganzen Tag so mache. Nicht ganz, aber zumindest mal wie meine Tutorials entstehen. Und jetzt ist natürlich auch die Frage an euch. Erstmal, macht ihr selber schon Tutorials? Was haltet ihr so von meinen Anregungen, von meinen Ideen? Und, ganz wichtig, ich habe jetzt zum ersten Mal eine Umfrage auf YouTube erstellt. Was wollt ihr lernen? Wollt ihr Lightroom, Photoshop, Fotografie, vielleicht Video, vielleicht mehr zum Thema Drohnen? Ich richte mich da gerne nach euch. Ich habe auch vor, in Zukunft vielleicht ein bisschen was zum Thema Business zu machen. Gerade weil auch viele Fotografen halt sagen, ich will wissen, wie eine Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Ich will wissen, wie ich auf Facebook erfolgreich werde. All diese ganzen Geschichten. Habt ihr schon ein paar Videos vorbereitet und die werden auch demnächst auch noch hochgeladen. Doch stimmt doch einfach mal in dieser Umfrage ab, was ihr, in welche Richtung wir gehen sollen. Wo mehr Tutorials rauskommen sollen. Was ihr vielleicht lernen wollt. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr einfach eine Frage habt. Vielleicht gibt es hierzu schon ein Tutorial von mir. Dann gebe ich euch das einfach. Link zugeschickt. Oder es ist eine tolle Anregung, um in Zukunft weitere Tutorials zu machen. Denn ich kann zwar hier in meine Blogs reingucken. Ich kann mir selber Sachen überlegen. Meistens, wenn ich irgendwo in Tuschen bin oder im Auto fahre, kommen mir die coolsten Ideen für Tutorials. Und ja, das ist zwar das, was ich so machen möchte. Wo ich sage, das könnte euch interessieren. Doch was euch wirklich interessiert, das kriege ich auf diesem Weg wahrscheinlich am besten mit. Also schreibt es ruhig in die Kommentare. Stimmt in der irgendwo hier? Hier? Ich weiß es nicht genau. Moment, ich sehe mich im Display. Da oder da? Ist irgendwo ein Bewertungseigen, wo man sagen kann, ich möchte abstimmen. Und macht das einfach mal. Guckt mal, was euch am besten liegt. Und schaut vorbei auf fotografieren-lernen.eu. Da habe ich nämlich demnächst eine richtig geile Aktion für euch. Und natürlich auch meinen Fotografie-1x1-Kurs. Komplett 10 Stunden Videomaterial, wo es nur um das Thema Fotografie geht. Und wie lerne ich meine Kamera hier von Anfang bis Ende einmal komplett zu beherrschen. Gut, das war es für heute. Cool, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dahin.